Auf geht's Trader und damit herzlich willkommen in unserer Rückblick und Ausblick Sektion Überschrifte diese Woche Allzeithochs als Betonmauer versus Quartalszahlen als Dynamik denn der S&P 500 zum Beispiel kommt am Allzeithoch an und das letzte Mal als der S&P 500 in diesen Bereichen vorgedrungen war gab es einen saftigen Ausverkauf von 20% und die Frage ist ob die kommenden Wirtschaftsdaten wir erwarten wirklich wichtige Daten und die wichtigen Quartalszahlen die noch kommen eher als Dynamik fungieren oder ob sie Beton mischen werden und damit diese Mauern noch weiter verstärken werden man muss sagen in der letzten Woche waren die Quartalszahlen eher Dynamik denn sie lagen deutlich über den Erwartungen werden wir uns das alles in Ruhe gleich anschauen und nachdem wir das Wichtigste aus der letzten Woche besprochen haben und auch besprochen haben worauf es in der kommenden Woche ankommen wird werden wir uns natürlich aus technischer Sicht die Indizes anschauen Wumms der Woche SAP Ergebnis hier Aktie 23% gesteigert weil Cloud ist als Treiber die Marge ist nicht nur deutlich gewachsen sondern laut SAP gibt es auch ein Margenwachstum was in den kommenden Jahren kommen wird SAP hat es geschafft im Cloud Geschäft Umsatz und Erlöse um 16% zu steigern und SAP sagt dass bis 2023 die durchschnittliche Marge um 1% gesteigert wird zum Beispiel beim Cloud Geschäft ist aktuell die Marge bei 63% und soll bis 2023 auf 75% steigern und Achtung SAP sagt sie will die Nummer 1 in allen Cloud Anwendungen werden das heißt richtig gute Zahl und schöner Ausblick jetzt muss man sagen SAP ist nicht nur seit Ende des Jahres um 40% gestiegen sondern und deswegen ist es Wumms der Woche in der letzten Woche um 18% in der Spitze gestiegen nach einer solchen Bewegung einer Beschleunigung dazu auch wenn es wunderbare Zahlen sind die sind schon eingepreist möchte ich nicht long gehen für den Fall dass bei guten Zahlen und sonst auch keine schlechten Nachrichten zum Beispiel der DAX eher in eine Konsolidierung geht eher zurückkommt dann sind die alten Allzeithochs werden interessant ansonsten muss der Markt lange diese steile Bewegung konsolidieren bevor ich mich dafür interessiere irgendetwas zu trade eher für mich interessant auf der Short Seite ist der Rumms der Woche Tesla seit Anfang des Jahres minus 40% plus letzte Woche allein minus 17% erst fängt ein Wagen in Shanghai aus ungeklärten Gründen Feuer dann kommen die Zahlen und das ist ungefähr so als würde man Öl ins Feuer gießen denn Ergebnis je Aktie mit minus 2,9 Dollar massiv unterhalb der Erwartungen mit minus 1,15 wir hatten darüber berichtet dass Tesla es geschafft hatte endlich zwei Quartale in Folge ein Plus zu machen ich hätte euch gesagt schaut euch den Umsatz von Tesla an und dann hat es Tesla geschafft so wirklich so ein klitschko kleines bisschen Gewinn zu machen wir hatten schon letztes Mal gesagt Vorsicht der Gewinn ist schon fast kosmetisch und Tesla wird es eher schwer haben die Absatzzahlen die sie ausgegeben haben auch halten zu können jetzt 700 Millionen Verlust und wie gesagt deutlich schlechter als erwartet interessant ist folgendes Unterstützung hält, Unterstützung hält, Unterstützung hält, Unterstützung hält, Unterstützung fällt eindeutig ich gebe noch eine Sache zu bedenken fällt massiv kommt sofort zurück fällt massiv kommt sofort wieder zurück fällt massiv kommt sofort wieder zurück jetzt würde ich sagen ja aber jetzt ist er doch durchgefallen einverstanden nur muss man eines bedenken erstens nach 16% nach so einem Abstand zu den gleitenden Durchschnitten ist die Aktie kurzfristig überkauft jetzt mag es der Bär ja gerne heftig und schnell und unlogisch aber ich mag es mit einem guten Chancen-Risiko-Verhältnis und ich will nicht dass mir das passiert oh guck mal der hat das alles bärisch aufgelöst du bist rumst ich bin wieder da haha du bist auf dem falschen Fuß erwischt worden ne bestätige mir dass du hier gemacht hast indem du träge und langsam hier hoch kommst und dann wieder scheiterst indem du hier liegen bleibst das heißt rumste Woche ist für mich persönlich ein Watch auf der Short Seite es braucht aber das was er hier gemacht hat dass er das hier einmal verdaut und dann durchaus für mich auf der Short Seite interessant ansonsten sind es Zahlen die begeistern nicht Technik 64 der S&P 500 Unternehmen haben berichtet es ist bergfest 77% haben Gewinnerwartungen übertroffen für Q4 2018 waren es 65% und die Gewinne durchschnittlich 5,3% über den Erwartungen das ist für mich nicht das Entscheidende das Entscheidende für mich ist alle diese vorgestellten Kennzahlen liegen über dem Achtung 5 Jahre Durchschnittswert und wenn man sich das anschaut bisher haben 96% der Technologieunternehmen Zahlen gebracht die über den Erwartungen lagen beim S&P 500 sind 77% erwartet wurden zum Beispiel am Technologie Sektor 80% und beim S&P 500 68% und wenn ihr sagt Mann Hamid das sind gesenkte Erwartungen die wurden schon um 50% gesenkt und jetzt werden die gesenkten Erwartungen übertroffen das ist es doch nicht wert dass man sagt die Zahlen begeistern die begeistern aus folgendem Grund es wurde mit weniger gerechnet wenn ihr euch anguckt vor den Quartalszahlen haben Analysten bei 54% der Technologieunternehmen zu einem Kauf empfohlen jetzt kommen aber nicht verwechseln das sind Kaufempfehlungen das sind nicht Zahlen überhalb oder unterhalb der Erwartungen jetzt liegen aber die Zahlen deutlich über den Erwartungen das heißt diese zurückgegangenen Kurse die sind auch schon eingepreist und jetzt kommen die Unternehmen und bringen bessere Zahlen und dann sagt der Markt oh vielleicht haben wir zu viel eingepreist vielleicht ist es gar nicht so schlimm und deswegen steigt der Markt auch wieder 96% über den Erwartungen das ist ein Wort dann wer sticht denn eigentlich aus dem Ganzen hervor aus unserer Sicht eindeutig Amazon das ist das vierte Rekordquartal in Folge mit sage und schreibe 3,6 Milliarden Gewinn auch das ist ein Rekord ein Umsatzwachstum von 17% und die Erwartungen werden übertroffen Microsoft gewinnt die Aktie plus 20% erwartet waren nur 5% und Microsoft schafft es die 1 Billion Grenze zu übertreffen und ist jetzt sogar wertvoller wieder als Apple Visa hat die Gewinnerwartungen deutlich übertreffen können Facebook hat mit dem Umsatz absolut überraschen können aber der Gewinn 51% der eigentlichen Erwartungen warum Facebook nimmt eine Rückstellung in 3 Milliarden Höhe in Kauf gerade für die Probleme die entstanden sind mit den Sicherheitslücken das heißt der Markt ist dann nachbörsig trotzdem um 6% nach oben gegangen weil der Markt sagt okay das war einmalig aber ihr wächst ja ihr wächst ja weiter was Facebook nicht passieren darf aus meiner Sicht dass sie dann im nächsten Quartal wieder kommen und sagen okay wir müssen nochmal 3 Milliarden zurückstellen wir müssen nochmal 2 Milliarden zurückstellen wenn das damit getan ist Umsatz ist top das glaubt gerade der Markt aber wenn sie wieder Schwierigkeiten bekommen sollten wird es glaube ich Facebook eher wehtun das hier muss man sagen sehr stark 3M allerdings verfehlt die Erwartung eindeutig gerät unter Druck und steckt mitten in Restrukturierungsmaßnahmen und die belasten weiterhin in Deutschland hat Wirecard sehr stark abgeschnitten die Softbank investiert die Zahlen waren in Erwartung Delivery Hero mit einer Verdoppelung des Umsatzes die Deutsche Bank eher aus meiner Sicht negativ sagt Umsatzsteigerungen sind für das Jahr 2019 nicht zu erwarten vor 3 Monaten hieß es noch sie planen und rechnen mit leichten Umsatzsteigerungen zuletzt hieß es also die Deutsche Bank die CEO meinte wir profitieren von unserer hohen Disziplin so dass wir aufgrund der Reduzierung der Kosten die Marge verbessern können du kannst die Kosten aber nur zu einer gewissen Prozent nach unten drücken und irgendwann muss Wachstum kommen das hat die Deutsche Bank nicht Daimler bringt Zahlen die besser sind als befürchtet und wir werden über Daimler gesondert auf unserem Kanal berichten dann Wirtschaftsdaten aus den USA heißt es also doch Pop up the Bip das erste Quartal mit 3,2 Prozent nachdem im Vorquartal 2,2 Prozent erreicht wurde und entscheidend ist ja 2,5 Prozent waren erwartet und das Wachstum beträgt 3,2 Prozent damit dürfte folgendes klar sein die Sorgen dass US Wirtschaft jetzt vor einer Rezession stecken könnte wir haben dazu ein Video gemacht überschriftbar US-Rezession und kein Entkommen Fragezeichen und wir hatten über diese invertierte Zinskurve gesprochen die ja angeblich dazu führen wird und immer dazu geführt hat dass es eine Rezession gibt wir haben das Thema besprochen haben euch gesagt die Wahrscheinlichkeit ist eher gering dass das passiert auch wenn mein Vortrag auf der Invest dazu geführt hat dass einige die Nase gerümpft haben gesagt der Wirtschaft geht es ganz schlecht in den USA wächst die Wirtschaft weiterhin so was gibt es noch für Sprengpotenzial der Betonmauer 164 der 500 S&P 500 Unternehmen und 5 Dow Jones Unternehmen bringen nächste Woche Zahlen unter anderem Apple Google General Motors Mac McDonalds MetLife und auch in Deutschland bringen 9 DAX Konzerne mit einer Gesamtgewichtung von 22% Zahlen und auch in der zweiten Reihe zum Beispiel mit Airbus Zalando Hugo Boss Xing Sumrise interessante Unternehmensdaten aus dem DAX kann ich euch sagen es ist Adidas Beiersdorf BASF Covestro Deutsche Börse Lufthansa Volkswagen und finde ich besonders spannend die Fresenius Brüder Wirtschaftsdaten aus meiner Sicht wir haben euch das alles aufgeschrieben entscheidend BIP Zahlen der Eurozone schafft es denn die Eurozone die gesenkten Erwartungen zu treffen oder kommen noch schlechtere Zahlen und was passiert dann mit den Kursen falls die Zahlen schlecht sind das was Herr Draghi gesagt hat wenn denn die Ausblicke sich weiter eintrüben sollten wenn die Wirtschaft sich weiter eintrüben sollte dann sind wir bereit alles zu unternehmen was notwendig ist wird dann der Euro eher unter Druck geraten oder wird der Markt eher unter Druck geraten am Mittwoch FOMC Statement inklusive Pressekonferenz und am Freitag Arbeitsmarkt sehr wichtig aus meiner Sicht denn vielleicht könnt ihr euch daran erinnern im März waren die Daten wieder im Bereich der 200.000 neu geschaffenen Stellen und deutlich über den Erwartungen da hat der Markt positiv reagiert im Februar waren aber die Zahlen ja eine Katastrophe 20.000 neu geschaffenen Stellen erwartet waren 181.000 und es war der niedrigste Wert seit 2017 und davor im Januar wiederum waren es richtig gute Zahlen das heißt sehr gute Zahlen katastrophale Zahlen gute Zahlen jetzt sehr gute Zahlen im April werden diese Katastrophenzahlen aus Februar verdrängen können wenn wieder schlechte Zahlen kommen wenn sie wieder in Richtung 100.000 gehen sollten dann hier sieht man es dann könnte es sein dass wieder Unsicherheit kommt was mit der zukünftigen Entwicklung ist und deswegen auch das sehr wichtig und eminent für die kommende Woche gucken wir auf den Chart und der DAX hatten wir besprochen hat den Kampf mit dem Endgegner aufgenommen nämlich seit dem Allzeithoch Anfang 2018 Ausverkauf 61% die Tracement Marke als große Widerstandsmarke ich möchte bitte zu beachten geben dass der DAX diese wichtige offene Lücke rausgenommen hat ich möchte zu bedenken geben dass der DAX auf Wochen Schlusskurs Basis diese wichtige horizontale Marke ebenfalls rausnehmen konnte hier ich möchte bitte zu bedenken geben dass auch zum Beispiel die 200 Wochen Linie rausgenommen wurde das heißt ja es ist der Endgegner und der DAX respektive dessen Bullen haben schon einige rausgenommen und jetzt spielen die Bullen mein Lieblingsspiel gekommen um zu bleiben wir gehen hier nicht mehr weg und ich sehe das Potenzial dass sie schaffen diese mehrfache Widerstand rauszunehmen aber jetzt kommt das große aber schaut euch mal den Abstand zu 20 Tage Linie an das sind 300 Punkte und wenn man zurück geht und schaut wie es denn sonst so war wenn der Markt zuletzt Gas gegeben hat und größere Abstände auf der Bullischen Seite zum Beispiel zu 20 Tage Linie hatte so wie zum Beispiel hier oder hier oder 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 hohe Abstände zu 20 Tage Linie sind durchaus ein Zeichen dass der Markt kurzfristig überkauft ist also muss der DAX doch fallen oder nee das sage ich nicht ich sage folgendes die Bullen treten gut daran noch einen Tag vielleicht einen zweiten Tag gekommen um zu bleiben zu spielen und wenn sie dann nach ein zwei Tagen sofort durch gingen dann würde ich sagen wisst ihr was die haben hier so wie wir das hier euch gezeigt hatten eine Bullenflagge gebildet haben jetzt haben sie wieder eine Art Bullenflagge ich will noch keine Linie zeichnen aber die haben das Potenzial wieder eine Bullenflagge zu bilden aus der Bullenflagge raus zu gehen je länger die Konsolidierung ist desto eher funktioniert das Ganze je kürzer die Konsolidierung ist desto eher muss man in einer kleineren Zeiteinheit traden das was der DAX gerade macht ist mehr Bullish ich sehe nichts was man auf der Short Seite traden kann ich sehe nur kurze Konsolidierung ok Ausbruch kurzfristiger Trade ein bisschen längere Konsolidierung ein bisschen längerer Trade falls der DAX richtig schön konsolidiert und vielleicht sogar die 12.000 testet und so weiter und so weiter dann sogar nochmal wieder für mehrere Tage etwas auf der der DAX zurück käme 12.094 aller aller spätesten 12.000 größere Wahrscheinlichkeit für eine erneut bullische Bewegung zumindest wieder in Richtung der Jahreshochs beim Dow Jones meiner Meinung nach same same ich würde hier in diesem Markt eher nach Longs Ausschau halten eine durchaus sehr spekulative Marke was dann eher in der kleineren Zeit eher als Day Trade Interessant ist aus meiner Sicht ist dieses alte hoch was hier unsauber bestätigt wird und dann hier Widerstand geht er hoch setzt auf geht hoch für den Fall dass der Markt hier hinkäme wir haben zwar schon einmal diese Unterstützung gekauft die wäre dann angeschwächt worden aber wir würden hier eine offene Lücke schließen das heißt 26.200 das ist wie gesagt eine spekulative Marke das ist eine kurzrustige Marke es ist aber auch diese horizontale Marke die kommt sogar von hier unten falls der Dow Jones aus meiner Sicht den gefallenen täte und in Richtung des Dachs dieser Bullenflagge zurück käme und sogar diese zweite Flagge zumachte das ist so 25.900 25.870 von hier aus sich eine deutlich größere Wahrscheinlichkeit zumindest wieder einen Trade zu machen in Richtung der 26.000 26.700 ich bleibe dabei ich will hier oben in dieser und ich verwende gerne nochmal diesen Begriff Betonzone will ich nicht noch additiv irgendetwas trade dafür ist diese Zone zu stark dafür hat der Dow Jones das letzte Mal dass er hier angekommen ist einfach zu heftig na wo habe ich es denn ein abbekommen 20% als dass ich nach so einer unglaublich starken Rallye in der Nähe von Widerständen Additive etwas auf der Long Seite machen will wer hier short traden will herzlich gerne ihr tradet im Widerstand ihr tradet gegen den Trend ihr tradet gegen gute Zahlen ihr tradet gegen zumindest unser Formation Trader System denn das was mir mein System anzeigt ist entweder du tradest etwas auf der Long Seite du tradest nichts dass man sagt okay liebes System aber ich sehe hier einen fetten Widerstand dass man sagt okay dann will ich mehr Pullback haben verständlich ich sehe hier nach unserem System nichts was man auf der Short Seite traden kann falls sie falls du in dieser Phase während wir richtig schöne Gewinne gemacht haben wir haben und ja dieser Monat war ein besonderer Monat für uns Formationstäter realisierte Gewinne ungefähr von ich will jetzt nichts falsches sagen 5,5 6,5 Prozent und nochmals wir machen nicht 6,5 Prozent indem wir 10 Prozent unseres Kapitals riskieren sondern wir machen das mit einem deutlich reduzierten Risiko während wir also mit dem Trend gearbeitet haben falls du gegen den Trend gearbeitet hast und merkst du fällst immer wieder in die alte Gewohnheit zurück und auch wenn du und es klappt nicht dann würde ich sagen es ist vielleicht möglich dass du dir so wie aller aller letzten Plätze für November für unser Mentor Programm sichern kannst versprechen kann ich es nicht wir haben aber bis Ende des Monats noch 25 Prozent Preis nach Herzlich eingeladen sich diese 25 Prozent hoffentlich zu sichern plus ab jetzt schon unsere Premium Dienste nutzen zu dürfen unsere Live Trades sehen zu an den Webinaren teilzunehmen jeden Morgen Briefing zu erhalten im Bereich zum Beispiel Aktien Rohstoffen oder auch Devisen und Indizes und last but not least wie immer wie man es gewohnt ist von uns nach dem Seminar was dann ja erst im November ist gibt es immer noch eine volle Geld Rückgabegarantie oder sechs Monate Fortsetzung des Programms seid ihr herzlich eingeladen euch darüber zu informieren und wenn euch die Ausgabe gefallen hat abonnieren ist möglich Glocke aktivieren ist möglich damit man nicht jedes Mal gucken muss wann kommt ein Video damit man es auf jeden Fall mitbekommt mein Name ist haben eine gelungene handelswoche an ein 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 das ein das ist das ist das ist